also hallo und herzlich willkommen so wie ist das spiel schnell scribble ich glaube ich mitten chrisa mit dem thomas das ist immer den namen vergessen keine ahnung ich weiß zwar wie es ausschaut aber ich muss da googeln das ist gescheit noch zeichnen kann ich weiß schon was ich zeichne so machen wir eine pfote na das krieg schon eine pfote ja die eine challenge was wir uns gerade überlegt haben machen wir das nächste mal ich habe ein spielzug laut im hintergrund wobei ein spielzug laut im hintergrund bei mir aber auch nicht bitte danke es schaut nicht aus wie das pokémon schaut aus wie musklen man gerade ich bin gespannt ja krass bei mir schaut es geschaut aus ich muss bei mir so ein bisschen schummeln weil das was ich zeichne soll kein mensch auf diesem planeten wird das erwarten ok kein mensch auf dieser welt weiß gerade was ich zeichne ok ich bin rot 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 wir schießen alle tot ist es ein flugzeug nein es ist der himmelblaue spieler ja frontschweiner war damals geil ja jetzt kann ich mich an das wieder das hat er gesagt so fühlt sich also ein hackblaten aber bitte nicht verurteilen wegen der zeichnung ich weiß es ist furchtbar das hat er jetzt schon da sind muskeln im morgen grad wirklich durch also meinser hatte es auf jeden fall aber es ist schrecklich zeichnet ich brauche ich brauche leider böse wenn man muss schauen was ist das wie ich es ist ein zweifel genau das ist das haus dazu das war aus das schaut so aus wie einer von die power rangers so ungefähr schaut das gerade aus warum bin ich immer der aus am längsten braucht da bin ich dank spaß was er zeichnet wie lange will ich noch brauchen ja ich weiß es ist leicht zu herausfinden ich habe nicht einmal den körper zeichnet wie soll ich ihnen das malen so gut zeichnet wie es geht so profi bin ich auch nicht jetzt muss ich dann es passen die proportionen überhaupt nicht mehr also dann fiel ich wurscht das schweif aus wie ein wahl warum nein weil ich fast mehr zeichnen versorgt er soll ist einfach so lassen also ich nicht keine ahnung das schaut richtig schuss aus aber man kann es auf jeden fall mein bild ist halt auf einer serie der einzigen da draußen da du wirst ihn nicht kennen okay ehrlich gesagt ein bisserl brauche ich leider noch kannst du währenddessen die serie anschauen nicht spaß um oh wir können dann Denver wir grind dav b also so 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 ja, so so ich schau ja, dass ich jetzt ein bisschen schneller zerechne so, ich lasse einfach so keine ahnung keine Ahnung in das Wort haha WTF sonst haufe ich einen Ahnung WTF mit G keine Ahnung das letzte war das Club im Studio und was ist das für ein Viech schaust dir genau an das wirst du aber rausfinden das zweite an der Form welche Tiere sind orange sind Katzen ähnlich WTF du was hä die 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 Ja, es ist einfach nur Walt Disney. Ja, aber wie soll man Walt Disney zeichnen? Ich weiß nicht, ich glaub das ist Kim-Possible. Auf jeden Fall Kimi-Possible, ne? Michi, willst du das erwarten? Wenn ich da wirklich einfach den richtigen Walt Disney hingemalt hätte? Ich weiß nicht. Das ist ein Typ mit kurzen Haaren und Schnurrbart. Sehr einzigartig, ne? Keine Ahnung. Ein Typ mit Schnurrbart. Glaub ich jetzt? Oh, was ist denn das? Was ist das für Pokémon Viech? Jetzt muss ich gucken. Ah, das ist das Viech? Hm... Okay. Gut, ich brauche ein bisschen länger wie du. Ja. Gut, Konzentration. Was ist denn das eigentlich da unten? Ist es ein Heidelbeer oder was ist das? Ja, das Viech habe ich sogar ein Pokémon gehabt, weil das war gar nicht so schön aus. Finde ich halt. Ja. 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 Ja, ich muss ja leider eine andere Farbe machen. also als Grundfarbe halt dann leider ok das ist scheiße das kann ich auch sagen ja alter Schwede gehen wir mit eurem Schweden ey die armen Schweden ja irgendwie muss er schuld sein Ricola nicht passt äh Ricola kommt aber nicht aus Schweden nicht so scheiße gelaufen wieso war Ricola nicht Schweiz also ja stimmt Cricola wie hast du gefunden Cricola ich das da unten ist lila hellblau das ist schön so jetzt brauche ich einer ganz oha da hat er keinen oh ne Moment da fehlt noch was ja ich brauche so länger hm ich glaube ich brauche länger hm ich glaube ich eher weniger was ist denn das für eine Farbe da drin da zirka da zirka da zirka da zirka da zirka wie groß ist denn das andere ist ja übertrieben ist ja übertrieben das andere oder jetzt bin ich fertig ich dachte ich brauche noch ein böse lass die Zeit Lass die Zeit Lass die Zeit Lass die Zeit Lass ich ja aber wie ist der Kopf ist der Schwarz oder aber wie ist der Kopf ah ein Schatz im Kopf das ist CJ der CJ Pokémon alles klar fucking crazy ah shit here we go again man nicht aber aji schuade wir mir es nicht Okay. Ich habe das Gefühl, dass ich mich hier kenne. Ich habe das Gefühl, dass ich mich hier kenne. Ich habe ein Wunder. Natürlich. Uuuuuh Uuuuuh Jaaaah In Ordnung kathos topf hmm hmm wie heißt denn das da gibts ja so etwas eigenes das ist so ein topf aber wir heißen das troffen also das ist wahrscheinlich einfach oder ja es ist eh so easy ich weiß ich muss ein schlusslisser denken ja es ist eh so easy ich hab nie plundet zu baut ja der fuck ist das pokémon super das englische wort für spinne und für was oder ist es das englische für spinnen ich weiß es es ist das ist es es ist käferwasser das ist cool es gemischt mit wasser und spinnen what the fuck ich schau mir das an ja also da spielt der mit dem gelben laura spielt dort immer mit also es ist schon der show was ist das in der mitte das ist die frage mit drei schwarzen mit der du brauchst nur den gelben laura der ist bei peter griffin ja dabei bei der die schwarzen die schwarzen die schwarzen die schwarzen der kneiflanz das kenne ich glaube ich mag wissen wie man es richtig schreibt das schreibt genau zeichnet das wieder ein künstlerisches palett gefragt wie man ich den gescheitesten schön wunderschön jetzt schau es aus wie ein fucking Furby jetzt fucking sorry mhm, wie ein fucking Furby schau es das aus vielleicht sollte ich mal mehr mit schwarz vorzeichnen und dass ich dann die Farbe einfach einfüge, weil sonst kennt man sich überhaupt nicht das mache ich es in Zukunft so so das wird jetzt furchtbar schwer gut, das ist in Ordnung so gut ist, gell, alles zeichn nur kopfseiter ok so dass da war keiner jetzt jetzt war pokémon expert ja so experte bin ich auch nicht ich muss bei dem pokémon was ich hab das kenn ich zwar ja aber das muss ich trotzdem leider googeln weil ich muss ja wissen wie ich es zeichne das weiß ich halt nicht eigentlich hat der andere Augen aber wulsch ne ich glaub das ist süß so jetzt muss ich nur die Farbe rein geben oder das ist die falsche Farbe ich glaub das hat eher so eine Farbe ne da schaut richtig auf jeden fall aus wurscht man erkennst also ich hab die Arme vergessen so aber jetzt ich bin zufrieden ja aber extra was kommst du erst Martins ah das das wasser pokémon aber wie heißt denn das ja was wie heißt denn das hatte keinen Platz mehr die Beine gescheit zu machen das ist ein Wasserstarter das weiß ich sogar ich hab keine Ahnung 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 mehr ja schauen wir mal ob ich so schnell googeln kann Ab der Generation ja das weiß ich ich such grad lass die pokémon liste doch einfach auf ja wo ist er da ist er da ist er oh ich hab's auch geschafft wir hatten mich hier knapp was ja ja ich hab's suchen müsste so weit unten deiner liste ja weil auch Generation 8 ist oh das kenn ich das kenn ich das hab ich sogar das ist glaube ich mystisch oder legendär bin ich mir grad gar nicht mehr sicher das ist Kampfgeist Geist? hm Geist Kampf oder Kampfgeist irgendwie so rum Kampfgeist ja ein geister pokémon das gleichzeitig auch kampf ist Kampfgeist ja ein geister pokémon das gleichzeitig auch kampf ist Kampfgeist den muss ich suchen 8. generation ist eine bindung ja der ist der ich krieg's glaubst du ja schon in der siebten das ist cool ja das kann die buffs vom Gegner klauen das Vieh ja das ist geil ganz knapp das kann die buffs vom Gegner klauen das ist cool das kann die buffs vom Gegner klauen das ist cool das kann die buffs vom Gegner klauen das ist cool mach du mal Swapdance du machst die bis schärfen hast Swapdance oh scheiße wie siehst du denn wie ist das denn noch na das ist auch anderes Fluffluff schau mal was hey das ist lieb das schaut extrem gut aus das schaut extrem gut aus ja naja jetzt haben wir ja gesehen was ist denn das dann die Weiterentwicklung ah ja das weiß ich immer nie auch was man arsch geht warum schaut das scheiße aus wenn ich grad zu tun zu schreien das ist das Vieh was ich immer nie auch was man arsch geht also ich hab mir gedacht boah wie das ausschaut meine Fresse leck mich doch knuddeluff fluffeluff pummeluff schnuffeluff schnuffeluff was hab ich jetzt step-up da werden jetzt extra äh äh ja ich könnte die andere malen was ist nein weil ich das eingeben hab könnte ich eine andere malen und sagen ha kommt jetzt kommt sie mal drauf wie soll ich denn das malen das schaffe ich ja nie das ist zu groß warte ich könnte eigentlich so ja jetzt die frage welches muss ich malen ich tue ausnahmsweise ein bisschen schummeln aber es ist halt nicht so ein großes schummeln ich mag nur nicht einen unnötigen kreis zeichnen aber das wird das wird so ätzend werden und da kann er sich eigentlich einfach so machen das jetzt trotzdem schuss aus ich mach so so wie mache ich das ist das ist auch blöd das ist alles die selbe farbe hat nur das ist eigentlich ein helleres ich hab die falsche farbe von gläutern und cool das passt schon mh 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 und zu uns ich habe sie ich habe sie Wuscht. Mehrs bemühen kann ich mich leider nicht. Also wenn sie das kennen, dann ist gut, aber ich brauche jetzt ewig für das. Wuscht. Fertig, abgesahne, war schon mal die Serie aus den 90er-20er. Wen zu ein beschissener Elefant. Das ist ein Elefant, jetzt kann man waschen, sonst kann man schon wieder haxen. Wut, ich hab dir was vergessen. Wut, ich hab dir waschen. Wut, ich hab die falsche Farbe genommen, cool. So. Wut, ich hab dir waschen. 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 was ist denn da hartfarben im spiel, ist er sehr hartfarbig naja, das ist mein Lilo, was dafür läuft Moment, das Spiel will ich verarschen, das sind gerade gut he is dead, warum geht es so etwas anstrengendes zu machen genau wahrscheinlich der Horst okay weil es einen weißen Handschuh zeichnen ist unmöglich, ich muss es so lassen, tut mir leid so, es fehlt nur noch der Kopf, dann bin ich fertig und die Haare ich brauche keine Ahnung für den Hals, auch wenn es komplett behindert ausschaut nicht zu gehen jetzt, Handy, ich brauche dich noch oh Das war's für heute. Seht ihr eigentlich auch das Thema, das was angesprochen wird? Nein, ich meine, wenn das Bild von mir zum Beispiel da ist. So, ich bin Segel, ein bisschen brauche ich leider noch. Das ist wunderschirch. Das ist wunderschirch. Das ist wunderschirch. Ja, schön. Das was ich nicht kann, ich bin halt kein guter Zeichner. Ja, okay, es wird schon langsam besser. Ich glaube, sie ist ein einziger Zeichner. Aber ich glaube, man kann sie erkennen, glaube ich, weiß ich nicht. So, das muss ich noch machen. Ja, genau. Da ist wieder ein kleiner Fußsoor offen, sodass das ganze Bild verscharrt wird. Das ist eh klar. Genau. Dafür gehst du zurück noch. Ja, ich... Aber ich habe hier schon wieder zurück. Genau, ich kenne sie nicht damals, also so. Okay, das sollte ich vielleicht lassen. So, dann machen wir da noch eine megaschöne Nase. Erst, ich brauche eine Hartfarbe für das Scheißohr. So, der andere hat eh kein Ohr, dann bin ich froh. Ich kann eh kein Ohr malen. So, welche Farbe ist das gemacht? So, glaube ich. Oder? Nein, so. Der hat bis jetzt immer eine andere Dings gekriegt. Und andere Farbe. So. Wunderschirch, wirklich. Naja, wo du gerade mal siehst. Ich glaube nicht, dass man die erkennt. Aber... Ist gar nicht so scheiße geworden. Nur halt... Das da gefällt mir nicht. Und das mache ich manchmal. Keine Ahnung. Der ist mir nicht froh. Wurscht. Besser wirds nimmer. Aber es ist gar nicht so schlecht geworden. Männlich, König. Ja, das Zwischen. Was? Knie! Das Zwischen! Äh. Das ist die Endentwicklung, was du geschrieben hast. Nidorah, Nidoking und was ist dazwischen? Nidorah, Nidoking und was ist dazwischen? nicht das spiel auch so gut wo du nicht abschreiben konntest was den einzigen zu hausender ist es der bettler elefant oder was ich habe keine ahnung es wurde ausgeschaut also keine ahnung du brauchst dir die serie 90er und 2000er jahre eingeben als elefant bis ich das googelt habe sind jetzt 25 die konnten eh schon vorbei das kannst du als spiel auch nehmen genau keine ahnung animal crossing ja was sagt man zum tischtennisball noch sorry aber ich kann das auch nicht hier googeln keine ahnung das ist pingpong wer soll das sagen tut mir leid kenn ich nicht ich auch nicht das ist eine serie definitiv nicht im deutschen fernsehen never das ist eine serie aber ihr kennt ihr das ja das ist schon ein bisschen heftig was tausenderjahre ein kleiner bub ja und da hätte ich das gesehen wenn das geliefen wäre wäre und das ist ja wohl easy peasy lemon squeezy von mir alles aufgeschnitten ja was denn hals ist gut geworden ja klar gar nicht was ja das ist easy eigentlich zu zeichnen ich krieg schon wieder die ganze pokémon ich hab bis jetzt nur einmal diese kriegt ernsthaft ich zeige ich zeige mir mal alles jetzt weil ich schwarz vor ja schön wirklich schön voll mal und mal 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 Ich helde es mir. Ich sperre das wieder. Was mach ich da? Also, das Pokerun, das schein wieder süß. Nicht nur bei dir. Wie das Lache ab und so aus einer abgeschnitten Hügelkopf. Das Lachen war jetzt kurz so ein Abschied. Das ist, wenn du siehst, du wirst dich abwecken. Ich glaub, das wird's bei meiner noch. Ich bin ja schon fertig, das ist jetzt das nächste. Ja, das Mal bin ich auch gleich fertig. Das Teufel schaut behindert aus. Hebst du die Hand? Hä? Das ist so Sprichwörter mit hebst die Hand. Ja, du sitzt gleich gerade in der Klasse und hebt die Hand. Oh ja, ich hab ne Frage. So stellen wir das gerade vor. Ja, genau das wollte ich. Das sieht nicht mehr besser. Das ist schon bei mir. Ja, ein klein bisschen brauch ich noch. Du musst dir mein Bild dann so vorstellen, wenn man da in einer Klasse sitzt. Ich hab da vorne vorhin nochmal bei mir. Das ist voll sorry, verstanden. Wie in einer Klasse liegt die Hand, wirst du auch einmal lachen. Das ist schon so ähnlich. ja ich zeichne halt nur schön entschuldigung nicht so schön zeichnen oh nein jetzt benutze ich die kreise perfekt schöner geht's noch so das ist das schönste fisch was ich gesehen habe das ist das das ist kiefer glaube ich oder das kieferblatt weiß ich gar nicht das pflanzer kiefer oder nur weiß ich jetzt gerade nicht also das ist die generation so es ist käferpflanze generation 5 ist eigentlich sogar der chris kennt der hat auch bis generation 5 gespielt na ist es das was früher behauptet du kennst bis generation 5 die viecher na emporium ist nicht generation 5 ist es das ah ok stravickel ist auch ein hilfzeichen wie gesagt hast du gerade gesagt emporium ist emporium emporium ist nicht generation 5 ja der ist 4 eben y bis 4 ist doch sie es was früher gesagt habe bis 5 naja blau ist doch ein süsses viecher so was meint sichs du weißt genau wie er was sie sagst ich bin gespannt stell doch woher sitzt mit dein glas mit deinem aus steigen die angst nass da hab ich mich nicht einig nass 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 Einfach nur kam rückwärts. Aber das ist cool, ja. Ich werde immer nur Tritter bei dem Spiel. Okay. Das ist, wenn du dir so viel Mühe gibst. Na gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, was ist mit der Folge. Wir sagen bis bald, bis bald und... Au. In Fortnite.